Hallo, herzlich willkommen im Mainz Nixdorf Museumsforum. Was soll ich sagen? Endlich wieder First Lego League. Wir freuen uns riesig über First Lego League Explore Teams, die heute da sind, über First Lego League Challenge Teams, die heute da sind und wir hoffen auf einen super tollen Wettbewerb. Ja, wir sind dieses Jahr das erste Mal dabei. Die Kinder haben gelernt, etwas zu präsentieren, etwas zu zeigen, eine eigene Arbeit vorzustellen und das im Alter von sieben Jahren halte ich für richtig beeindruckend und eine richtig super Gelegenheit. An der First Lego League gefällt uns besonders, gefallen uns besonders die Roboter Challenges, wo man verschiedene Aufgaben lösen muss. Und ich persönlich finde auch dieses Gemeinschaftsgefühl einfach ganz gut, dass man dann im Team immer wieder neue Sachen erfinden muss und sich ausdenken muss. Was ich auch sehr gut finde, ist halt, dass man sich nebenbei nochmal mit diesem Forschungsauftrag beschäftigen soll. Wir haben auch schon sehr gut gemacht. Genau und wir haben Puis hier. W Judaism! Wir wollen unbedingt weiter nach Aachen kommen dieses Jahr. Das heißt, wir wollen unter die Top 2, Top 1 kommen. Also wir wünschen den anderen Teams viel Glück und ich würde sagen, wir gewinnen das Ding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.